Heute Abend unsere Kleine. Seit Monaten trainieren Sie auf den heutigen Tag hin. Manche von Ihnen stehen sogar das erste Mal auf der Bühne. Seien Sie gespannt. Ich verrate nur so viel. Sie sind einfach sauber. Musik ab für unsere Mini-Garde. Wenn der Mond aufgeht und die Nacht erhellt, die Sonne schlafen geht. Wenn Laternenlicht auf die Straßen fällt, dann kommt die Zeit der Fehl. Fliegen Hand in Hand und singen leist, mit Stimmen fein und klar. Wenn im Frühling die Natur erwacht, so fehl'n uns ganz nah. So fehl'n uns ganz nah. So fehl'n uns. 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 Ich habe die Magic in mir. Every Time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me When I hit the floor, the girls come snapping at me And everybody was so blessed Oh, magic, magic, magic Magic, magic, magic Magic, magic, magic I've got the magic in me Das Mädchen, das ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue Hat keine Angst und sie will hoch hinaus Weiß, wo es lang geht und sie zeigt mir den Riegel Ich flieg los, keine Zeit mehr zu verlieren Denn ich schaue nicht mehr zurück Ja, ich flieg los Ich flieg jetzt los Ich flieg jetzt los Los, ja, ich flieg los Komm schon, komm schon, komm schon Zieh mal genauer hin Ich bin so und so und so Oder so Weißt du, wer ich wirklich bin? Ich bin ich Ich bin ich Ich bin ich auf meine Weise Ich bin ich Mein Tag laut und reiß, sprach leise Nur auf Worte, Platz, ja, Platz, wie du kennst Nur im Deck und Platz, wenn du reißt, ich bin Ich bin ich Ich bin ich Ich bin ich Ich bin ich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Marlene Maurer, Leonie Kusser, Sophie Reilly, Marlene Sauer, Lina Schoer, Leonie Schweitzer, Emily Weiser und Liederweiser. Träiert werden unsere Minis von Alikor Friedermeyer, Melina Freiland, Tanja Graf. Und was mich ganz besonders freut und was ich erwähnungswürdig, sehr erwähnungswürdig finde, wir haben einen Jungtrainer, der Paul Gutzler. Also, liebe Minis, es war fantastisch. Also, es war viel, noch viel besser wie bei der Generalprobe. Also, wir waren alle in der Reihe gestanden. Also, Respekt, trotzdem Ihnen super ausziehen. Auf unsere Minis, ein dreifach kräftiges Froh. Froh, 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 Froh. So, die Orte für euch, liebe Minis, die sind schon hier gerichtet. Die tun wir jetzt mal mit mir in die Hand drücken. Und dann schicke mal... Oh, es wird schwer. Ich glaube, die Melina braucht Unterstützung. So, und dann bitte ich die Trainerin und die Paul von der Bühne, weil dann ihr Hens Kehrt, die wollen unbedingt die Zugabe von euch sehen. Und jetzt Bühne frei und Musik ab für die Zugabe. Ich hab's schon. Applaus 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 Applaus